so geht anscheinend los spielen mal wieder eine kleine runde pvp destiny also destiny pvp aber diesmal konflikt keine kontrolle und ja ich kann jetzt nicht so lange deswegen würde ich sagen wir legen gleich los und ja die streams zu dem wollte ich noch was sagen ich lecke auf jeden fall ich bin auf jeden fall schon wieder schlecht dran hier ich werde keinen guten loot kriegen oder sowas ich hoffe dass ich überhaupt mal einen kremer also auf jeden fall die kontrollerrunde lief ja relativ nice so Eintüben. Oha. Hämmer. Drei Kills schon gemacht. Geht relativ. Geht besser. Geht auf jeden Fall besser. Aber. Im Moment. Ne. Geht das. Wir einfach nur ein bisschen besseren Hut kriegen. Das ist. Das ist. Das ist. Erster. Zweiter oder dritter werde ich diese Runde nicht. Auf jeden Fall nicht. Geil. Risch gefällt man. Naja. Nächstes Mal wirds besser. Was man. Was man. Was man. Alter. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Der Titan hat einen extrem starken Nahkampf weiter. Geht gar nicht. Führung abgegeben. Geht nicht. Geht nicht. Geht hier. Geht nicht. Hahaha. Meistens kriegen die weiter unten, was gut ist, aber man sollte trotzdem versuchen, den Blut zu spielen, also wahrscheinlich dann, wenn Banji geht, man hat versucht, sich anzustrengen. Ok, wir sind tot. Aber ich bin schon wieder dritter, das ist ja, auch wenn wir verlieren, kann ich ganz gut einen Lut kriegen. Also. So. 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 Da laufen die Granate, man. Naja. Ich werde jetzt, wenn ich es schaffe, wird noch gleich eine zweite Runde folgen. Da ist mir schon klar. Hey. Wieder Multi-Werkzeug. Schwere Munition. Nicht nachgeben, Leute. Es werden auch andere Kämpfe geben. Naja. So. Wollen wir den Loot ab? Und dann sage ich Tschüss und fang die nächste Folge an, ne? Ja. Dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb. Oh. Dritter. Da hab ich jetzt nicht so viel erwarten. Aber bessere Schienen. Bessere Schienen. Auf jeden Fall. Nice. Mal gucken. So. And what is that?